ja und damit herzlich willkommen zu einer weiteren episode von baldur skate 3 ja in der letzten episode hatten wir ja diesen wunderbaren kampf hier drin das ein bisschen in sich hatte und ich glaube es ist jetzt an der zeit dass wir nach baldur skate gehen und dazu netterweise ist es portal hier zwischenzeitlich habe ich hier noch mal alles hier gelootet habe ein bisschen gold gekriegt ich habe die rüstung von ihm verteilt und die waffen ich glaube wir sind gut to go eventuell machen wir noch mal eine short rest wenn wir draußen sind das immer gucken so etwas low on hell you saw gold hash didn't you what the fuck was he doing down there it's all of this because of him the tadpole the absolute how hmm now i never have protected a bay night even a decade ago i looked after that fucker with my life i trusted him he gave me waiters a real without a second thought and now he's looking to ruin the entire sword coast he has to die and i'm gonna be the one who kills him he can't get away with what he's done to me to us he won't get away with it oh wir sind hier was machst du hier very well the shadows yet fester the dead three united under cover of darkness the balance shifts there are depths to this alliance yet unplumbed consider mortal do illithids possess souls hmm 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 haben nicht alle lebendwesen eine seele und ehrlich gesagt ich habe eigentlich noch nicht drüber nachgedacht ähm ja auf hier thou shalt think about it now and i shall give the answer mind flares are soulless oh okay yet the three amass an illithid army void of apostolic souls that could imbue them with power a flock without souls yet to what end oh tempted one this is the question i must come to answer ja aber haben sie nicht gesagt dass der eine da der retter spielen will ja aber warum bist du hier jetzt okay 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 yes baine lord of darkness baal lord of murder merkel lord of bones lord of bones once judged ascended then vanquished as one and as three the alliance is reforged mortal the planes thus quake and the gods shudder hmm ja nothing thou dost not already know gut äh ne möchte ich nicht gut dann war's das guck mal die anderen gegner die was wir hier nicht getötet haben sind die da jetzt weg was denn du hier was denn du hier was denn du hier hast du mein Freund jetzt dein Weg führt dich zu Boulders Gate aber ich kann dich nicht mit dir dort ist die Kurs noch nicht ich habe dieses Platz zu verlieren jetzt muss ich hinter dir bleiben ja willst du nicht mitkommen hmm ok so also erstmal kurz prüfen ob die Leute hier weg sind da ging es ja nach unten vielleicht ein bisschen rumlooten naja sind jetzt hier alle weg da könnte man Zeugs mitnehmen also ich würde Tränke ja ziemlich geil finden gut gib es Werkzeug gib her einmal umgucken Pilze auf alt ne nö 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 Schlafgemache große Flasche nö hier vielleicht was ich habe jetzt so keine Lust gegen die ganze Armee zu kämpfen alles leer bei der Schrank äh brauche ich auch nicht aber hier da geht es nur nach draußen ok aber hier ist noch ein Schrank nö nach unten will ich eigentlich nicht auf der anderen Seite sind wir schon gewesen ja gut dann würde ich sagen gehen wir ja wobei hier ist noch was raus Holz gehst du nix drin auch nix drin weiter oh ok bringt uns das irgendwas dass wir hier oben sind ihr habt einfach ein bisschen schleichen können gehen nach da weiter ok ja ok da hätten wir die ganzen Gegner hier oben entgegen können du bist jetzt ein Teil davon alles klar geht es mal wieder nach unten ach ne Moment da ist noch eine Tür einmal reingucken ah der Raum hier war ja nix hier unten Blechdasse mhm Climb können wir mit dir was machen uh ehrliches Malzbier ok ok Leute wir verschwinden hier aber erstmal nochmal kurz speichern hallo dankeschön ok keine bösen Überraschungen hier drauf hm 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 Hm, ich habe eigentlich nicht Angst, aber... Naja. Hm... Ja, versuchen wir es mal, ne? Ja, ich weiß schon, wo das ist. Jetzt muss ich nur noch schauen, was die Abkürzung dahin war. Bin ich davon und dann nach links. Also hier weiter nach vorne. Moment, was war das? Wie, ich werde hier wieder überrascht. Ja genau, hier war das so lang. Ah, bloß schnell weg hier. Ich wollte gerade sagen, ich kann mich noch erinnern, dass ich diese Feuerschale angemacht habe. Ich vermute mal, alle anderen von absoluten... ...bauch ich jetzt schnell eine Reise machen können. Willst du damit mir... ...wirst du damit sagen, das können wir? Wir schaffen das Questlog dazu. Das ist abgeschlossen. Abgeschlossen ist weg. Hat er den Großherzog? Ich weiß, die Magie von Tiefers. Gedanke, Klinge. Gibt es denn hier sonst noch was? Ich meine, da ganz rechts war mir halt noch nicht, ne? Hm. Ich tue mich mal ganz kurz belesen, bezüglich diesen Schattenfluch. Schauen wir mal, ob wir tatsächlich noch was machen können. Oder ob das schon durch ist. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe mich mal kurz eingelesen. Hätte schon die Option gegeben, den Fluch hier wegzutun. Aber dafür ist es ein bisschen zu spät. Gut, ist, wie es ist. Stimmt, die Armee ist jetzt hier weg. Äh, ja. Glaub ich. Zumindest fürs Erste. Oh, wie tief dein Schmerz ist. Es kann sich nicht mit Hal-Syns vergleichen. Naja, vielleicht kriegt das ja doch. Für sich hin. Er ist mächtig. Aber wir haben erstmal wichtigere Gegner. Klar, das ist ein ganzer Landesabschnitt, der hier verflucht ist. Aber, tja. Aber schön, dass man das hier so sieht, ne? Ja, das ist ein ganzer Landesabschnitt, der hier so sieht, ne? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 These quakes are just the start Neither of us expected the prison bearers to kill Ketherick They'll be traveling to the city Let's make sure we give them a Buldurian welcome My prodigal blood kin is among them They live Barely I made mince of their ugly mind matter And if they dare return I will strip out their awful Yeah Wir sind angekündigt So, wir haben hier keine Rüstung an Wir sind angekündigt Oo Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, wir haben es feiner nicht geschafft. Also, gezwungene Longrest jetzt? Aussichtspunkt. Also wenigstens ist es hier nicht mehr so mega düster. Okay. Lass mal hier nach unten gehen. Oh, Moment mal. Da hat es Kisten. Erstmal gucken, ob wir hier was drin haben. Nein, natürlich nicht. Nö, nichts drin. Okay. Hier? Oh, da ist eine Kiste. Aufmachen. Oh, ja. Hm. Nö. Okay, sonst noch irgendwelche Goodies hier? Was ist das hier? Oder, ne, ich glaube, das ist generell unser Camp jetzt hier. Oh, Stichwort Camp. Ähm. Da würde ich nicht hin. Gale. Ach so, irgendwie Gale müssen wir eh reden. Machen wir das doch mal. Machen wir das doch mal. Machen wir das schön hier. Mhm. Mhm. Unter anderen circumstances, ich könnte mich verabschieden oder verabschieden. Aber nach dem, was wir gesehen haben, muss ich sagen, ich bin froh. Der Gehirn, aber, mehr importantly, der Krone, den es hat. Selbst ohne es zu sehen, ich konnte es fühlen. Netheree's magic. So pure, so complete. Und ich wundere, was ich zu fühlen, an zuerst. The mosten Netheree's artefacts contain only the faintest amount of their former power. The ghost of an echo of a memory. That krone was different. I can't fathom how such a wonder survived. Surely everything of its ilk was destroyed along with Netheril itself, but no matter, it exists. I must learn more of it. Ja. Ja. Ha! Sorcerer's Sundries is no mere trading post. It's been serving the arcane community for centuries. Their collection of rare tomes is unparalleled. Nethery texts are hardly commonplace, but I'm certain they'll have one or two stashed away. You'll have to forgive my eagerness, but if my suspicions prove to hold water, this could be the answer to all our problems. I'll... Where is someone? Ah, well. Why are you so half-durchsichtig? With you would I actually not quatsch? I have no news about the fact and... You should have to tell us maybe something. Yeah? God be damned. With that parasite in his brain, Father could wreak untold havoc in the Absolute's name. Should Baldur's Gate fall to the Absolute, every one of the coast cities will be right for the plucking. We're not just fighting for our cure. We're fighting for my father. We're fighting for the gate. We're fighting for all of Faerun. Yeah. Orin, I'd never heard tell of, but Gortash I know. Or know of more precisely. A self-styled strategic advisor to Baldur's Gate's peers. A bit player with dreams of a leading role, the way Father told it. He had no use for Gortash. And even less for his advice. I don't remember much beyond that. But where these chosen are concerned, I have a suspicion we're about to know more than we'd like. Ja, das glaube ich allerdings auch. Ähm... Ja, stimmt ja. Hm... Hier aber erst noch eine Frage. Wenn ich eine Heimatstadt belagert werden würde, was würde ich dir opfen, um sie zu retten? Meine Seele würde ich nicht aufgeben, falls ihr darauf anspielt. Wenn es nach mir ginge... Könnt's... Ah, das ist... Wenn gar nichts meines Haus, ich würde mein Leben und meine Gesundheit geben, um... Naja... Und ich glaub, dass ich eine Ehreinheit gemacht habe. Und ich weiß, was ich getan hat. Und ich hatte noch zehn Jahre. Ich war 17 Jahre alt. der Ravengard, hatte gerade nur einen Grand Duke war. Und wurde auf El Tarell um zu ermitteln zu helfen, um zu entwickeln. Das ist dann das Kult des Dreigens der Legen der Legen zu machen. Der Kult des Dreigens? Eine dummer veränderndlich. Ein Kult des Dreigens. 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 Ich bin nur ein Junge, ein Ravengard, in den vier Pillarern. Wunderschön, Wunderschön, Strategie, Justiz. Nach zehn Tagen nach dem Vater, ich hörte ein Wiespfer als ich schlafen. Duskhork Hill, die König der Chaos wächst. Ich bin allein. Ich habe eine Rappier und versuchte. Ich bin allein. 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 Ihr Kopf schlägt. Will will, was du tun. Was ist passiert. In der Leidung des Schäden des Mount, fünf Gruppen von fünf Figuren, ein Kaffee, ein Totem. Auf der Totem ein Kaffee, ein Haltes-Head ist, und ein Massenmachstum in der Mitte. The cultists chant, first softly, then crying to the starless sky. There is a crack of thunder, a gust of wind, and a dragon's white head appears in the storm, the first of Tiamat's five heads. As the maelstrom howls, Mazura's lips press to your ear. She will destroy Baldur's Gate. Grant me your soul and I will give you the power to save it. She whispered. She read the terms while two devils stood witness. And I said yes. One soul for one city. Okay. Ja, warum eigentlich? She came on order of her mistress Zarya. Tiamat made a play for power. Zarya had other plans. That was the most Mazura's ever said. All that mattered was that she got her prize. Another pet added to her warlock menagerie. He returned to an unsuspecting city and a wayward son with a smirking devil at his side. I tried to tell him the truth, but my mouth couldn't form the words. I'd led him to the battlefield, but Mazura had swept it clean. After, he said only one word. Go. So I did. I had Mazura at my side and the archdevil Zarya guided our hands that day. I burned with the fires of Avernus and oozed the rot of Dis. The cultists choked on our poisons and burned from our flames. And when we were done, all that remained were five grayed orbs atop a pile of ash. My soul was bound and my lips were sealed. It is the one scar I ever bore of it. Mazura replaced it with a sending stone. She uses it to track my location and speak from a distance. I could flee to the spine of the world or the depths of the lower dark and still never shake her. Very practical. I don't know that it was brave. I just know that it was right. I understand. Ehmmm. Sollst du was? Ha. Aneige dich von mir denn ich bin nur der schlechter. Isabel ist dort eher aus der Dunkelheit, die nun herrscht. Okay, so, lassen wir das mal. Dann würde ich sagen, machen wir mal die Rest, damit es hier weitergeht. All die Tadpole are governed by the Brain and, by extension, the Chosen. It will take but one order to transform them into an army of Mind Flayers. This would have been your fate, too, were it not for the Dream Visitor's protection. With her help, you have uncovered the cult for what it really is. A plan of conquest orchestrated by the Gods of Death themselves. Together, you have the power to thwart the Dead Three. If you follow this path to its end, the Elder Brain will not answer to the Chosen. It will answer to you. And what then? You are prone to impulses as uncontrollable as the Gods themselves. Will you even have a say in what you do? Will you liberate the true souls from their parasites and their religious delusions? Or will you use the power you gain for your own purposes? Was? Weiss ich noch nicht. Hmmm. Hmmm. You will not have long to wait. All you need to do now is sleep. But sleep is not for you. Hear me. Gather. The reckoning is upon us. The city thirsts for domination. March. Join. Power. Can I go on? House Tunders? Head ge muscles. Help me! Ah. How are you looking for this? Ah. Ah. Oh. rotate the focus now. I am sorry. Was soll das denn jetzt? Okay. Ja, ich würde mal sagen, ne? Ich habe jetzt mit vielen gerechnet, aber nicht mit sowas. Ähm, ne, erstmal nicht. Wir gehen mal weg. Wildes Badstift, das... Ne. Aua! Alter, ich wollte doch eigentlich... Robozit Gelegenheit, Astralportal. Ähm... Dass alle in der Nähe betäubt. Okay. Okay. Nee, Moment. Hm, 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 hm. Können wir noch mal Taten dran machen. Wird man hier mal ein bisschen reinhauen. Ja, wobei... Ich reicht hier nochmal. Sehr gut. Jetzt nochmal? Nee. Okay. So. Voll draufhauen, bitte. Hm, zerfleischen. Bitte, danke. Nice. Oh, magisches Geschoss. Hm, haben wir zwei. Ich glaube, machen wir das so. Sehr geil. Und wir laufen mal nach vorne. Und dann werden wir das Portal hier angreifen. Maaann. Was soll denn das? Wann, mir ist Stimme befehlend. Jetzt können wir doch in der Gründung mit nach Belieben der absoluten gemarrte Dikatur erleidet in Malus. Ach, du Scheiße. Geil. Ja. Wir müssen zu diesem Portal. FB-Distor? Nee. Sag mal. Ja, geil. Wir müssen sputen. Nice. Come quickly. I can't do this without you. Wie weit kann ich denn springen? Scheiße. Kannst du jetzt doch nicht hier hochspringen? Ach, so eine... Scheiße. Scheiße. Schön, dass das ein Fehlschlag ist. Hm... Ich weiß nicht, dass ich es nicht sehen kann. Oh, nice. Hätte ich das noch früher gemacht. Nachteil, du hast Ausrüstung. Moment. Warum? Da bist du nicht ungeübt. Da bist du auch nicht ungeübt. Hä? Warum Nachteil? Ah, okay. Need to learn the hard way. Hm. Geil. Ja. Komm ich mal mit. Weiter nach oben. Das war's. Kann ich das treffen? Ah, zu weit entfernt. Kann ich das jetzt treffen? Ja. Es hat keinen Schaden gekriegt. Hm. 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 Soll ich Spurten machen? Ja. Viel zu viel war vor der absolute Diekontrolle übernimmt. Letzte Runde. Oh, scheiße. Warte mal, wenn ich jetzt hier abhaue. Reicht's mit einem? Oh, Gott sei Dank. Ich hab das die ganze Zeit nicht realisieren. Das Ding ist nicht going to hold together much longer. Es passt. Oh, Gott. O. Oh, Gott. Oh. Oh, oh. 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 Oh, oh. Untertitelung. BR 2018 Ich glaube, wir haben nichts. Was heißt, ihr nicht verfügt? Alter. Warum sind die auf meiner Seite? Ähm. Hätte ich auch walken können, ne? Fehlschlag. Ah, ist ja praktisch. Wie wär's denn mit meiner Runde heilen? Wow, das hat überraschend. Bin ich gebracht. Ja, dann, ähm... Wer alle in der Nähe träumt. Okay, das bringt so gar nix. Alter, willst du mich verarschen? Hm. Nein, Schaden. Immerhin. Wunderbar Heilung. Gut, du bleibst da. Ja, sie schafft's nicht dahin. Geil. Ja, Nachteil. Und mit dem Nachteil, da muss ich nochmal nachgehen. Ja, das geht leider auch nicht. Hm. Jetzt machen wir dein Schönes. Meuerpfeil eigentlich irgendwie nicht. Ja, das würde ich auch nicht verschwenden. Ich glaube, in der Sphäre. Na. Und wirf unter damit deinen Befehlen. Geil. Rückenbrecher. Bitschlag. Bitschlag. Schade. Abgestumpft. Ja, war ja irgendwo klar. Äh, du machst mal den hier. Geil. Wieder Fehlschlag. Und vielleicht nochmal heilen. Plus sieben nur. Ja, einmal rauf hier, bitte. Nice. Wieso machen wir hier so wenig Schaden? Ah, shit. Mh, komm. Nice. Ja, gleich. Erstmal. Oh ja, alles mal mitnehmen. Ja, Moment. Wollen wir vielleicht einen Short Rest machen. Ja, machen wir mal. So. Wie komme ich da hin? Springen? Oh, das geht. Kommt schnell. Also mich irritiert das voll, dass die Hirne da... Ja. Moment. Kommt sie alle? Hier kommt alle. Kommt noch jemand. Hallo. Ah, Schattenherz. So, springen. Dankeschön. So, sollen wir uns verstecken? Welcher Dude, der Imperator? war Oh, shit. A Mindflayer. The Githyanki is the source of our protection against the Absolute. I must subdue him, or everything we've worked towards is lost. Don't let my form deceive you. I am the one that's been protecting you. I am the one that came to you in your dreams. Help me. You saved a child from a Viper back in the Druid's Grove. You killed the Azamah-Night-Soul. You didn't have to. Your continued existence is yourself, and not a Mindflayer, to be all proof you need. Now, help me. The Guard. Destroy the Guard. They prevent me from subduing their master. Do it. Now! Aiden is illicit against Githyanki. We cannot. We must not. Your blind loyalty will be your undoing, Blaise Helm. Fight with me for your own survival. I vertraue him. Together, we can turn the tide. Okay. Okay. Ähm. Weiß nicht. Sollen wir da mal auf Mega-Rage gehen? Weiß nicht. Bei mir ist es sehr schön, dass wir hier alle zusammen stehen. Okidoki. Okidoki. Ah, Chasey. Was machen wir denn jetzt? Ähm. Oh, das hat gezwirbelt. Reicht fürs Erste, denke ich mal. Now this is my happy place. Hm. So. Rage Modos. Und mal voll draufhauen, bitte. Oh, das gibt's doch nicht. Nice. Wenigstens die Blutung. Mehr geht nicht. Destroy the Honor Guard. Ah, schön, dass er das wenigstens kann. Und er heilt sich. Destroy the Honor Guard. Oder müssen wir die Dinger da kaputt machen? Ah, das ist jetzt nicht wahr. Könntest du... Wo bin ich? Wo bin ich? Könntest du mir mal da bitte helfen? Dankeschön. Ähm. Auf mich. Sehr gut. Tatendrang. Und... Hm. Was machen wir? Was machen wir? Ja. Ey, das kann's doch nicht sein, dass das ein Fehlschlag ist. Na, immerhin. Ich glaub, wir gehen mal in die schlechte Form. Ah, ich hab keine Aktion. Das ist jetzt nicht wahr. Da hab ich mir nicht weggehe. Aber ich würde sehr gerne mal... Ja, komm, ich riskier's. Ich will da nicht in der ganzen Gruppe stehen. Ja. So nicht. Ach du Scheiße. Äh. Wunden heilen. Massen heilen. Geht wohl nicht mehr. Nee. Komm mal für schöne Zauber. Fluch brechen. Fluch brechen. Schockgriff. Schutz vor Energie. Hm. Komm, noch mal Wunden verursachen. Scheiße. Scheiße, nur noch. Ja. Dich können wir nicht werfen, ne? Und es ist nirgends wohin, was sinnvoll wär. Ja. Warte mal. Das wird ihn nur nach da oben bringen. Das bringt mir auch nix. Musik. Ja. Warte mal draufhauen. frontline. Sehr geil. Dann... Hier draufhauen. Sehr gut. Und einmal den hier. Ah, scheiße. So, Kollege. Kannst du mal was? Ah, shit. Ach, da hinten in der Ecke steht ja noch einer. Autsch. Ah, Bonusaktion. Will man einmal kurz heilen? Wo steht mir? Wir stehen da hinten. Was macht hier am meisten Sinn? Wir müssen jetzt abbersten. Wie ist die beiden? Er da oben. Achso, na, der ist jetzt nach unten. Geht das so? Ja. Und wir stellen uns mal... So, wir gehen mal gegen ihn. Wir stellen uns mal da hin. Hoffentlich war das kein Fehler. So. Oh, üppiges Blutbad. Gegen dich. Nice. Dann mal, wie war das mit dem Blutbad? Da geht der Tern auf. Da beginnt zu bluten und halt mit der Asche. Im Blut könnt ihr nicht deine Wunden. Okay. Ich konnte noch den Jump machen. Aber dann haben wir hier beide. Ich glaube, ich glaube, ich lasse das. Hm. Heilen glaube ich noch nicht. Ach so ein Scheiß. Ach so ein Scheiß. Auch viel Schlag. Nicht so geil. Kann ich dich vielleicht runterschubsen. Müssen wir mal schauen. Nee. Trank. Auch noch nicht. Keine große Hilfe. Fünf Leben nur noch normal draufhauen. Ja, geil. So. Bei der wenigsten. Ich. Hilf mir mal. Dankeschön. Bedrohliche Angriff. Fernkommen. Auf dich. Sehr geil. Das war's. Nee. Ich habe auch einen Griff. Auf dich. Ah, shit. Ernsthaft? Ähm. Hilf mir mal, bitte. Dankeschön. Schild des Glaubens. Brauche ich das gerade auf jemanden Wunstärke? Und mein Schild des Glaubens auf dich selber? Das ist mir voll. Ah, 30 Prozent. Im Nachteil. Nice. Einer tot. Einmal heilen, bitte. Oh, jetzt stellen wir uns mal hier daneben. Warst du jetzt echt nur fünf? Er hat noch acht. Er hat noch ein. Geil. War's das jetzt? War's das ist nur fünf. War's das ist? Ich bin ein Mindflayer. Ja. Without me, du wärst ein Slave zu dem Absoluten. Es ist obscen. Ich habe mein Leben zu einem verdammten Geh. Keine Lachen, keine Tricks. Ich werde Antworten haben. Macht irgendwann ja schon Sinn, aber... Du kannst mich der Emperor nennen. An adventurer. Ich kam aus Baldur's Gate, obwohl ich nie ein zu werden, durch die Situation. Ich habe mehr. Das Wettbewerb gebracht mich zu Moorai's Towers, in der Suche für treasure. Zu einer Kolonien von Mindflayern, die mich verletzten, verletzten mich an, was ich jetzt bin. Für Jahre habe ich den Elderbrain gewonnen, den du kennst, als der Absolut. Ich war ein Traum wie jeder, aber ich war froh, dass ich frei bin und ein neues Leben in meiner alten Stadt begonnen habe. Ich habe mich auf Kriminellen, nicht glabber, aber viele von ihnen, die ich wenigstens verletzt habe, und sie mich beeinflusst, während ich meine Arbeit mache. Ich hatte die gute Chance, um zu treffen, Duke Stillmane zu treffen. Wir haben eine Partnerschaft, und durch sie, ich wurde die Vorwärmung hinter den Knights des Shields, die größte Mercantile in Baldur's Gate. Die Leute mich als der Emperor bezeichnen, wie meine Influenz. Doch natürlich, sie haben keine Ahnung, was ich wirklich war. Meine Ziele waren sated. Ich war froh, für ein paar Zeit. Bis meine true nature wurde von der Tyrant selbst, Lord Gortash. Er hat mich aus meinem Haus gebracht, und mich zurückgebracht hat, wo ich wieder ein Slave geworden bin. Ein Slave, die er immer noch genannt hat. Er hat mich immer noch genannt, als der Impel. Der Name war, als ein Sleit, um mich zu erinnern, um mich zu erinnern, um die Gründe, von denen ich bin. Ja, aber wenn du jetzt dann wieder Sklave geworden bist, wirst du es dann das zweite Mal geschafft. Um... Um... Ja, wird er sich in meinen Wettkampf eingeladen, um mich zu erinnern, um mich zu erinnern, um ihn zu erinnern. Ja, wie bist du jetzt dann wieder weggekommen und hier, glaube ich, nicht? Der Moment, als ich ihn gefunden habe, fühlte ich eine Veränderung, meine Freude zurück. Ich folgte das Gefühl im Inneren und habe den Githyanki gefunden. Ich wusste, was die Prism war. Die Verwaltung. Der Moment. Während mein Körper war in der Prism, mein Geist war frei. Ich konnte die Eldebräne, die Chosen. Aber besser gesagt, ich konnte planen, um sie zu retten. Alles, was ich brauchte, war zu verabschieden den Githyanki, und finden allies in der Outer Welt. Du. Wir verraten uns, Prinz Orpheus. Der Kind von Githy selbst. Orpheus? Nichts. Er wurde selbst verletzt von Gestill Kithrak. Ganz möglich, ich versuche Sie. Sein Kraft hat eine Art von Ihren weiterentwickeln gegen die Auslösung des Absolutes. Der Kraft, um die Hive-Mind-Communikation zu verabschieden. Das ist das gleiche Kraft, das ermöglicht Orpheus, seine Mutter zu bringen, um die Fall des Älösung des Älösung des Älösung. Eine Kraft, die sie ihm verabschieden, und die ich für Sie verabschiede. Als Orpheus, seine Mutter verabschiede, ein Usurper genommen hat sie. Vlacketh hat sich die Königin des Githyanki. Vlacketh wollte seine Macht. Aber Orpheus rief gegen sie. Und so hat sie ihn, und seine Muttergarde, in dieser Prism. Bound von Infernal Chains. Orpheus konnte niemals leave. Bound von Duty, seine Muttergarde niemals. Sie waren nahe, meine Mutter. Und wenn sie gelten, würden wir verloren werden. Ich bin entschuldigt. Sie haben sehr viel Potenzial in der Lage, dass Sie sie helfen können. Sie allein werden, Orpheus wird viel leichter zu kontrollieren. Kontrollieren ihn? Bäh! Der Traktor muss sich zerbrechen, brain zu belly! Es gibt ein Zeitpunkt, wenn das notwendig ist. Aber es gibt keine Warnung, dass seine Macht übernommen werden. Der Risiko ist zu groß. Wann seine Warnung, wenn seine Macht übernommen wird? Das wird den Warnung der Geist. Und so wird es. Wobei ich bin. Wir vielleicht sind, aber für den Warnung der Geist sein. Wir sind alle gleich. Warnung. chemische Geist, die wir im Grund haben. Wir haben, das erste Konferenz. Der Drehĩ усteils. hmm yeah you are already more illethid than you realize it has improved you you seek to reverse an inevitable process a process of evolution when i first escaped from the elder brain i too railed against the change but the longer i have inhabited this form the more it has grown on me even if my original body remained intact after i transformed i would not return to it doing so would only impose limitations as an elite i have far surpassed who i ever was before you too should embrace this change ah will ich nicht ich hab schon eine andere ziemlich spät als form und die gefällt mir ein bisschen besser ähm i believe we'll have a better chance of defeating the elder brain if you embrace your latent illithid potential i've been studying you for a while now i believe i can trigger the next stage of your tadpoles life cycle while continuing to preserve your independence you have seen what i can do imagine yourself with the same strength the same intelligence the same devastating beauty if you let me i can evolve you you will be able to do things you never thought were possible there will be physical alterations of course but only partial you will retain most of your current form and you will soon see that the benefits outweigh any perceived loss hmm hmm the answer is twofold one i can but it would kill you as i told you before two why would i you have done well the limited form you have but you would do far better as an illithid so do you wish to evolve or not oh ahhhh i i i i i i i and i i i i i i i Ich möchte halt nicht so aussehen wie er. Ich möchte mehr so wie ich bleiben. Aber halt mehr Macht. Nicht speichern. Ich kann. Let's do it. Ich kann. Ich kann. Du bist wirklich ein bisschen. Jetzt. Du bist. Es will. Aber es kann nicht so sein. Es muss mit einer anderen. Neibus? The Tadpil's essence courses through you, where it touches your flesh, glands, organs, contract and flood with pure thought. You feel different. Your body has never felt more connected. Your mind present in every flex of a joint or muscle. You are exquisite. When your allies see what you can do, I hope you encourage them to try it for themselves. But we mustn't lose focus. We need to resume our journey. You heard the chosen. The brain has gone to the city and the army marches to follow. We must not let them reach it. We must find the brain and bring it under our control. Okay. Du hast es durchlaufen und bist dann halb elitide. Du kannst jetzt sogar noch mächtige Psionik freischalten. Okay. Aber ich hab mich wenigstens nicht verwandelt. Und hier ne... Ich kann gar nicht zum Lager. Äh... Sind ee irgendwie schon schöne Kräfte... Rückenbrecher... Also warte mal. Ich hab einen langen Charakter. Äh, was gibt es denn hier so Schönes? Mmm... Und wirf und Tote... Gesundheit übertragen... Visionische Überladung... Ah, ich glaub, wir schauen uns mal die neuen Spielzeugmöglichkeiten in der nächsten Episode an. Wir sind eh schon drüber. Spannend, in welche Richtung sich das hier entwickelt. Interessanter, böser Weg, den wir da gehen. Ah ja. Gerne eure Meinung in den Chat. Also in den Kommentaren. Entschuldigung. Wieder gar nicht live. Und wenn es euch gefallen hat, lasst euch die Daumen nach oben da. Und dann bis bald. Gehen bald durchs Gate. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann. Euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.